Sieht sicher aus! Kommen Sie! 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 Die Abgefahren! Der Scheiß ist noch cooler, als er aussieht! Sehr schön. Los geht's! Aha, das Fass macht Bogen! Wir müssen da rauf! Wir nach! Siehst du den Auskopf auf Ihren Gesichtern? Lauf! 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 Ich bring euch den Tod! Die Abgefahren! Der Scheiß ist noch cooler, als er aussieht! Sehr schön. Los geht's! Wir müssen da rauf! Wir nach! Siehst du den Ausdruck auf Ihren Gesichtern? Lauf! Lauf! Ich bräuchte den Tod durch die Hände eines Kinderspielzeugs! Wie's weiter, damit er zu Bogen geht! Wir sind allein! Komm, komm, komm! Lauf! 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 Oh! 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 Ha ha! Strike! Strike! Hier ist alles ruhig. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Bones! Gehen wir weiter. 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 Sieht unser Gehen wir下面. Was ist das? Oh, blah! Oh, das könnte ich nicht mehr so tapen. Lapp, Sam. Wir sind genug. So geht das. Komm schon! Sie umgehen uns! Deck unsere Flanke! Greif an, mein Schoßtierchen! Bring Tod und Vernichtung über die Menschen! Sie umgehen uns! Deck unsere Flanke! Greif an, mein Schoßtierchen! Bring Tod und Vernichtung über die Menschen! Ihr habt meinen Roboter gerade echt wütend gemacht, Jungs! Verdammt! Mein Lieblingsroboter, der macht was her! Auch ich, die Waffe groß, aber nicht 20 Meter groß! Ich schmeiß hier ne Party, rum auf die Uhr! Holt euch den Roboter, wir gehen auf Metzeltruhe! Bist du bitte nicht stolz! Die umgehen uns! Deck unsere Flanke! Greif an, mein Schoßtierchen! Bring Tod und Vernichtung über die Menschen! Ihr habt meinen Roboter gerade echt wütend gemacht, Jungs! Verdammt! Mein Lieblingsroboter, der macht was her! Auch ich, die Waffe groß, aber nicht 20 Meter groß! Ich schmeiß hier ne Party, rum auf die Uhr! Holt euch den Roboter, wir gehen auf Metzeltruhe! Hahaha! Würdest du bitte die Stauzeiten? Holt euch den Roboter, wir gehen auf! Geh! Geh! Unfallant! Geh! Geh! Ich würde mal einem Rest an den Lolli klauen. Alles klar. Wir müssen hier raus. Oh Scheiße, das klingt übel. Er hat uns treu gedient. Ich wollte ihn Tepsi nennen, aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Sieh mal, da unten. Die waren nicht unsere Fliegen hier, Gray. Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Logisch. Sieht gar nicht so feuchterregend aus. Die stützen der Wände...